Ich kann nicht. Oh! Wunder. Brave Clan. Clan. 78 Wins. Was? Ach du. Juma! Ja dann. I'm one man, I'm gescheiße, den hab ich in TTT geklatscht. Egal, Tan. Tumbelle! Ich geh'n gar keinen davon. I'm one man, I'm gescheiße, den hab ich in TTT geklatscht. Ich kenn' gar keinen... Ja, das haben wir spielen gegen Wendens, oder? Ja, sind doch Wendens. Ja, den hab ich in TTT getimt, Mann. Was will der? It is love, it is love, it is life. Wegen Comeback. Nichts schreiben. Junge, alle schreiben insten. Was ist das für'n Clan geworden? Hey, a woman haben wir, Junge. Ich hab... Du kannst nichts sagen. Die ganzen CW nicht schreiben. Wir schreiben jetzt einfach an den... Zeig' vielleicht noch ein Video gegen den. Wenn du schreibst, er trägt nichts. Ich muss 24 jetzt dritter nehmen. So lange solltest du die Ablösse auch machen. Ja. Musst du. Wenn du schreibst, auch nichts. Junge als Smallcast, Mann. Sagte der, der auf dem Hotkey slash at all 10 hat, Mann. Ja. Ich hab's nicht mehr als... Ja, ja. Ich hab's nicht mehr in der Chatbahn, ne. Ja, ich hab's nicht mehr in der Chatbahn, ne. Also du gestattst. Ja, ich hab' heute... Ja, aber auch Carsten. Ich wollte die Bela demonstrieren, dass man E2 schreiben kann. Weil einer hat zu mir E3 geschrieben. Und dann kam's eine zum anderen. Ah. So ist meine Mutter, die dann gestorben haben. Tschüss. Ähm, ich glaub, wir haben... Blätter. So, bist du. Wie viel Blöcke sitzt der Typ da? Sag mal, wer zeigt, was ich drüber bauen soll? Na ja. Okay, ich bin gefailed. Ja. Perfekt. Wie viel? Jetzt muss doch rüber. Wie viel? Ah, schief, dass ich das auf eins spiele. 10 oder so. Jetzt zeigt der... Okay, Levimod, du bist echt geil. Wir zeig' dir einen Ping 2 an. Äh, bau rüber. Zweier Ping on, flieg. Ja, wir haben vielleicht oben. Bau rüber. Wie viel Blöcke? Ja, die ganz... 20. Fail nicht, Mann. Geh hoch, Carsten! Ade. Wir haben oben. Du musst das alle kriegen. Das wär' perfekt. Jungs, ich hab' den Maul. Na los, samt doch. Ja, war klar. Ja, Dicke, du hast... Lockback on, flieg, Alter. Ja, nimm das, nimm das. Hermes, kann ich? Ja, kannst du. Warte, 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 warte. Oh, du kannst die Ficke mitnehmen. Ich hab' immer einen dabei, Mann. Ich hab' zwei dabei. Hey, der hat das Schwert, der hat das Schwert, der hat das Schwert. Der hat das Schwert, pass auf. Der hat das Schwert. Der hat das Schwert. Der hat das Schwert. Wo ist das Gold, Jungs? Da liegt's. Und du bist dann wirklich, der fragst, wo das Gold ist. Okay. Wollt's ja schon mal sitzen. I must stay. Damit die kriegen, Alter, dann kriegen die Edel. Mach' keine riskante Action. Lauf hoch! Der Bauer hat null Safeboard. Die Frage ist, welcher ist der? Der war One-Man-Army, oder? Ich trau' nicht. Der, der Safeboard, glaub' ich ja nicht. Ich hab' auch, ich hab' nichts mehr zum Safebomb, by the way. Ja, das reicht doch. Äh, jetzt hab' ich auch kein Bock so hochkommen. Wenn du low bist, dann musst du Bescheid sagen. Lass' den Ticker. Okay. Okay. What's? Lowdown. 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 Oh mein Gott, Luma ist so. Okay, ich sag' nichts. Lass mich, lass' mich, oder? Ich muss jetzt die W-Runde ja noch hochladen. Hab' die W-Rot. Nice. Oh, ich dachte, das wäre wie Luma. Alter, das wäre so schlimm. Wenn jetzt... So, ich hab' den einfach ganz falsche reingesprungen. Hä, was macht der denn da, Mann? Das ist ein Supporter, der sich einbaut. Ja, was macht der denn da, Alter? Alles gut bei dir? Ja, pfff, tschau'n. Bester Clan, Alter. Und die schreiben sowas am Anfang. Ob was? Jungs, bitte holt das Bett jetzt. Ich hab' noch, ich hab' keine Zeit, Jungs. Immer noch schon auch nicht. Ja, falsch angestorben, Leute. Der will doch keine Zeit. Als ob du jetzt, äh, auf dem Bett jetzt zwöln. Äh, ich kann nur bis halb sieben. Noch eine Stunde. Ja, wow, das ist ja. So lang geht die W-Rot. Ja, okay, doch. Carsten, willst du Bau übernehmen? Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Nee, eigentlich nicht. Äh, Gavis, wo bist du? Gut. Wie sieht das Bett von den Aras? Äh, noch schlecht bis jetzt. Geld. Hahaha, fun. Bauer-Baseball oder Poupet-Weg? Ja, ich treff halt jetzt gar nichts von daher. Hast du irgendwie Eis in die Brüche oder so? Viel? Soll ich dir mal hier so eine Bauer-Baseball, Moritz? Ich weiß nicht, sollen wir first TNT-Try? Ne, okay, unten. Carsten, warte, komm zurück. Carsten. Mach mal bitte erstmal kurz, äh, Bau unten, bitte. Ja, Junge, safe halt, das ist Luma. Ich hab keinen Bock gegen... Ja, drei Glöcke, safe, dass es sich bringt. Mein Bau bringt halt Null. Wir gehen eh wieder zurück. Aber ich hab keinen Bock gegen sowas zu verlieren, Mann. Hm. Und dabei der Loot jetzt echt unnötig. Ich denke. Können wir noch nicht. Mann, jetzt auf mich. Oh Mann, sowas schaltet halt am Anfang so viel Scheiße. Warum haben die alle ihren Namen in Cats geschrieben? Das sieht voll ästlich aus. Klicks! Buy one man. Das stimmt. Buy one three man army. Achso. Bin ein Mann am eh. Hier steht eigentlich Moritz, oder? Hä? Das Erste? Ja. Warte mal, sagst du beim Scandest-Shirt, oder? Wenn es blieb mal unten. Ja, ne. Ganz flieg ich jetzt. Ja, das war mal, Carsten. Ich blieb jetzt echt? Ja, ne. Ich blieb jetzt in der Base. Hä? Du bist jetzt in der Base. Wahrscheinlich bleib ich in der Base, oder? Äh, klar. Habe ich einen Dings aufgemacht. Eine Stunde lang. Du bist auch. Nicht ich. Äh, 183. Ich baue schon hier unten. 169. Meine, meine Shots bringen halt nichts, weil die drei wirklich safe geworden sind. Hast du scharf oder so, Hermes? Ne, ne. Carl, dann hätten wir machen müssen. 400 Mal? Wie viel Locker hast du? Wie viel Locker hast du? Wie viel Locker hast du? Äh, 27. Ach du, ein Boom. Ich hab' nicht stack'n. Weiß nicht, sonst gehen wir einfach höher, dass er uns nicht mehr treffen kann. Welche wir wollen, sagen wir? Ey, lass aber kurz hier. Warte. Wenn die so frühe AP machen, äh, early AP nehmen. Welche gefickten Arsch. Glaub ich. Warte mal ab, ich hab dir noch eine halbe Locker zu. Oh, hier war beim Badcamp. Ja, warte, warte. Warte, warte. Die bauen unten so fett, Alter. Fetter als Loma 6. Moritz, da ist nochmal ein halbes Deck-Blocker. Was ist denn das? Was ist denn TNT-Schutz? Keine Hand, wir haben keinen Zweck. Äh, nur fang jemand rein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Warte, ich fang nicht auf der Move. 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 Du bist schon 2,10. Wir sind direkt am Hutfangen. Springen. Er sagt einfach direkt am Hutfangen. Legende, Junge. Was ist das? Legende. Oh, Jonathan. Das sind einmal 3 Pulli-Kunden. Ami-Bett? Ja. Ah, shit. Wollen wir einen Arm, hier, 3 Achtenbuch. Heiden, das bliebt jetzt unten, Mann. Ich bin neu eingeschwicht. Vielleicht wollen wir einen Facken. Ja, Jun Carsten, jetzt lasst du das Bett wieder einfach besser ein. Ja, dann brauch ich ein Eisen. Also ich wusste, ich war kaktaktiv. Ja, aber erstmal zwei Schichten. Unbelievable. Also erstmal wenigstens zwei Schichten, solange du noch kein Eisenblock hast. Dann da nimm das Eisen. Ich hab jetzt ein Schaf dabei. Ja, kannst du nimm das Eisen. Boah, dass du wenigstens schon mal das zwei Schichten hast, dass es nicht komplett Omblock ist, man. Moritz, drop mal ein Essen auf dem Weg. Einfach so Richtung OneStack. Ey, wir müssen aufpassen, dass die nicht hinten hochkommen haben. Ich hab keinen Bock, dass die oben haben. Waren sie ja nicht, die machen nur unten. Fett. Fett als Luma. Ja, das werden wir weiter. Fett als der echte Luma. Der ist ja nicht mehr so fett. Er ist immer noch kein Mitglied der Modelagentur, würde ich sagen. Ja, moin. Wir haben mal ne Chest. Der war halt gar nicht, ich schieß einfach ein bisschen drauf. Wenn ich mein Treffer ist geil. Passt doch, perfekt. Mach mal diese Anloot-Chest. Wir sind richtig... Ich weiß nicht. Ich glaub, Luma passt nicht so auf den ersten TNT-Schutz auf. Wegen Homeboy TNT. Kann aber auch anders sein. Guck mal, nicht einer von denen, wenn ich mal... Hä, spielt... Ist Nicknack und so nicht mehr da drin? Doch. Oh Gott, wer hat mir das? Achtung. Sonst spielt Nicknack oder so immer. Nein. Oder keine Ahnung, ja. Die spielen nur so viel CWs, deswegen... Kommt ihr das voll zu dir. Okay, Alter. Wir bleiben das mal bei... 25. Haben die... Die Specs haben die? Hä? Haben die sich re-open oder haben sie nur 200 coins? Wer alles? Ähm, Nele, Kingdom und... Ach ja, Luma war ja kurze Zeit geschlossen, stimmt. Toll, OP schade. Ja, da waren alle bei Inception. Ach stimmt, Luma war ja kurze Zeit raus, ey. Da waren alle bei Inception. Wollen wir hinten drauf springen? Ja. Das dachte ich mir auch. Äh, das neue, das neue Luma. Achtung, die kommen wahrscheinlich instants zu uns. Luma Reborn. Achtung. So, wie viele sind denn da, Alter? Alle. No, Niko kommt noch von hinten. Beide One-Hit oder so. Also, der eine ist One-Hit und da haben wir so Two- oder Three-Hit. Ja, ich hab nix, Alter. Ich hab 25 Bows. Ja, ich muss Eisenblatt gemacht. Bringt mir immer Blöcke mit. Richtig, Alter, ihr Lieben. Wir gehen gleich, Boris. Wir gehen gleich, Boris. Was? Nix. Ey, deren Bow ist so scheiße, ne? Also, dieser Iron-One-Man-Army. Wann wir, hast du schon, haben wir eine Branche oder so? Ne, ne? Ne. Alter, was machst du mit dem Bett? Hier. Es, wie viele Eisenblatt hast du schon? Äh, nur die rechte Seite muss. Da ist zwei. Ja, und vorne bei uns? Ah, ne. Okay, sieht nur so aus von hier aus. Alles weg machen, Endstone dann über den Eisenblatt. Ja, ja. So schlau bin ich auch. Ja, weil jetzt sieht es ein bisschen broke aus. Ich sehe keinen einzigen von denen. Wo sind die alle? Ja, ist voll schön, was hast du? Ich habe einen ADTNT-Schutz. Da braucht keiner baut ruhig. Ihr könnt so easy-spreven, weil keiner unten durchlaufen. Bitte. Ja, gib mal, warum? Also, die bauen zu dritt. Was ist denn normal 151 auf 100? Ne, das ist, welcher höchste ist denn da vorne? Was? Der, der, der Konterweg? Ja. Ich glaube, der ist 100. Nein, safe nicht. Da hinten ist Löffel so, oder? Ja, dann 101, 60. Ein Hoch und macht an. Ja, was ist das denn 251? Ja, sag mal, wer ist der Konterweg unten? Das ist alles gerade, es sollte laufen sein, wenn das 100 ist. Konterweg? Ja, Konterweg unten, ja. Ja, wo werden wir also nicht mehr brauchen. Okay. Warum? Weil er einfach nur hinstellt, Mann. Ja, Läuft durch, Mann! Hitbox nicht! Kannst unten vergessen, der Hitbox dich die ganze Zeit nur. Oh, ein Ei. Fuck, oben und die Blöcke hab ich vergessen, Leute. Essenblöcke. So, du. Ach, nee, nee. Hast du noch Eisen, oder das? Ne. Oh, Christus. Ähm. Hä? Was ist das für die Kack? Ich hab die bei 11 getimed. Was ist denn jetzt explodiert? Bei 11? Bei Minute, bei Minute 11 hast du sie getimed. Ich glaub, vielleicht nur 21 Sekunden, du hast vor der Film Zehnerstelle erzählt. Nein, die sind bei 25, die haben explodiert, was ist das für eine Kacke? Die explodieren bei 20, nicht bei 16. Äh, ist das Laufen, oder was ist das dein? Oder Springen? Nein, ein Eisner hab ich wohl. Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Wo das Web steht. Was ist das? Mixed Web. Äh, da bin ich da. Ähm, 130 ist da unter, also. 130, 130 ist, springen. Ja, die Camerade war uns zweitag. Da war oberen ist, äh... Ey, sag jetzt nicht! Och, dumme Balle, was gehst du auch noch hoch zu deinem, what the fuck? Da hab ich noch nicht treffen. Okay, okay, warte. Äh, ich würd' sagen, äh, Moritz, du gehst gleich auf den TNT, äh, hier oben hin. Das brauchst du. Okay. Ja, Moritz, komm mal hier hinten hoch. Harsten, du musst dann nach unten besser spammen. Ja, natürlich. Das darf ich auch, wenn die Treppe dort haben. Ja, alles trotzdem. Moritz, komm hoch. Ja, wir sind auf dem Weg. Mann, kein Bock mehr jetzt runter. Und hier kommt einer. Ne, aber safe, dumme Balle. Dann eh durchs Fretten jetzt. Ah, das setzt sich und er geht wieder weg. Ich liebe es. Dumme, wenn er nicht irgendwie Supporte? Ja. Und ein Kasten. Ja, ich kann nichts machen. Kasten, hast du schon Eisenpferd? Nein. Mach ich dir. Ja. Kannst du vergessen, wenn ich die einmal treffe. Ich kann die sonst anders nicht treffen. Weil ich kann die sonst anders nicht treffen. Denn das steht auf dem One-Stick. Warum auf dem One-Stick? Ja, wo willst du denn sonst haben? Auf dem hier hinten. Äh, was ist oberste TNT-Schutz? 134. Ey, wie knapp ist man daneben will. Oha. Der hat gefressen. Und dann kommt der, als er vor die Kuh kommt und den D-Schutz rauf. Das kannst du vielleicht die P-Schutz brauchen. Ich habe Angst, das ist nicht der Boot. Ne, und schon Achtung. Wie hört es? Oh, ich stehe nach da. Ich nehme ihn noch einmal auf. Beachte, Robert. Also vielleicht siehst du den nicht, weil du gerade so ums Bliefen bist, da tut sowas. Ja, ja, ja. Schon mal schön Double-Hit. So ein Schwert gefressen. Und dann war... Ja, auch ein Achtung-Tuch. Okay. Der Niko. Äh, krass. Braucht ihr aber bitte schon mal einen Base, du wirst da easy runtergeschossen werden. Ja, ja. Ja, komm. Boah, Digga. Seine Hitze ist zwar wieder Gomme. Ich konnte ihn nicht hitten. Boah. Ey, Jonathan, bau uns mal bitte mit ein bisschen kurz TNT-Schutz oder bau ihm da eine Base. Boah, das ist Karsten nicht alleine. Ja, weil Karsten so gleich abgeschossen mit dem Down ist. Nein, nein. Nein, nein. Unten kommt ein Full-EQ. Boah. Er baut safe. Achso, ja. Er baut nur safe. Kikarsten, bau dir aber bitte schon mal so eine kleine Waste da. Ja. Was für eine Base? Davon, wo du spamst. Der hat stuff gedroppt. Was höhe, man? Was für eine Base? Ja, an einem TNT-Schutz dran, dass du davon da spammen kannst. Das ist altmodisch. Oha, wenn die... Ja, wir werden wieder EP werfen. Ich hab... Ja, bau dir eine Base, die in der Verbindung zu unserer Base halt mal. Hab ich schon. Ey, die werfen wir EP dann einfach drauf, sonst ist da kein EP-Schutz mehr. Die dürfen auf jeden Fall unten nicht über uns kommen, dass sie kein TNT oder sowas versuchen. Ja, ja. Ey, der macht noch mal so eine EP. Achso. Ey, lass... Da ist TNT und ist alles drin, ne? Ja, ja. Perfekt. Kann ich mitkommen? Ne, ne. Ich würd nur erstmal ein World-EQ zu spielen. Das ist eh... Da braucht man immer nur einen. Nur die schaffen es halt manchmal nicht. Oh, das ist wohl gut. Äh, bringt einen Ender-Chest mit, Vermis. EP, EP. Och, habt ihr? Habt ihr? Geht zurück, Vermis. Er ist im Spawner. Ja, zehn Herzen. Ja, schön. Ja, ich bin grad zurückgelaufen. Nicht schreiben. Ja, ich soll der ruhig rumholen, Mann. Vermis, wo bist du? Äh, ich mach grad schon ein paar Schirchen. Spawner, OP, Alter. Äh, ich hab die Ender-Chest abgebaut, die ist runtergedroppt. Das heißt, wir brauchen eine neue. Dummele. Hä, welche denn? Auf dem One-Stack, die. Hä, wo war denn auf dem One-Stack-Nee-Chest? Ach so, die habt ihr gemacht. Ja, wir haben hier oben schon eine. Locker wollt ihr noch kurz bevor werfen, bevor ich... Hatte noch eine Nebenstelle in der Tat? Ja, und ich hab noch eine im Inventar, by the way, weil ich Mobile-TNT-tryen will. Ja, nice. Okay, was ist der oberste Halber? Lass auf die erste Schicht, erste Schicht, ich hab ne E-Chast dabei. Komm mit. Erste Schicht, nein, erste Schicht spring! Aber ne, jetzt nicht, jetzt nicht, das sind drei Leute, das sind drei Leute, lass es. Okay. Äh, warte mal. Die haben das da, glaub ich, gebaut, dass man ne schlechte MLG draufmachen kann, oder? Ja, haben die. Warte, ich probier mal. Nachbrett. Locker, schießt aber auch nicht. Bin zu dritt auf dem TNT-Shot, das bringt gar nix. Ja, da ja. In das Loch kann man reinspringen, dann hängt man da... Macht man auf die richtige, oder? Ja, da reicht's, wäre aber noch ein großes Stück frei. Ja. Ja, was ist das Springen, ne? Äh, 100-10 ist... Springen. Okay. Da war's ja. Springen auf 110. Ja. Womachen? Ne, lass noch... Ne, das bringt so viele Leute, äh, drei Leute, das bringt nichts. Mach mal scharf rein, Kasten. Ja, nur mehr rein. Achso, ja, eine Rüstung so. Soll ich ablenken, hinten drauf machen? Ne, 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 das bringt nichts, wenn da drei Leute sind, das ist nur richtig, das ist richtig unsinnig. Dann die werfen noch unten drauf. Mach mal scharf rein. Aber die werden auch nicht, äh, weggehen. Ey, ist, ist die Fläche dort so ein bisschen, äh, anders, dort? Ja, ganz rechts ist die noch, äh, ein Stück frei, als er da ist. Okay, da ist die schon. Versuch mal auf das 110 zu timen. Mit nem Scharf erst mal. Ah, hier ist die Chest. Wieso fliegt die Chest? Was? Warte, ich mach noch mal ein paar Scharfe rein gleich. Äh, eins kann ich reinmachen. Ja. Als ob ich da nichts bauen will, Mann. 15 Eisen, Alter. Die bauen noch eine neue Schicht hinten. Ja, ich will eigentlich nur auf die 110er Schicht da, dass ich das geschafft habe. Ein, ein Scharf noch. Er schafft Blocker mit G. Du, Hund. Ja, das ist sehr gut. Ich hab Scharf gesetzt, ich bin so blöd. Ah, ich hab's eingesperrt. Ha. Wollen wir da noch, wollen wir da TNT hinmachen? So einfach. Die Jungs, die bauen noch Blöcke, die bauen noch Blöcke. Es geht um einen One-Stack hoch. Ich bin so blöd. Ich schaff's nicht, es ist zu blöd. Es ist scharf. Was? Was? Was mit dem Scharf? Was für'n Scharf? Was für'n Scharf? Hast du bei uns in der Base ein Scharf gesetzt, oder was? Ja. Ist doch noch gekonnt, Alter. Ja, die bauen's aber normal wieder auf. Also, die versägen bis jetzt noch die Blöcke dort. Alter, es wär fast den Monster hochgegangen, aber es war zu blöd dafür. Hab's nicht geschafft. Soll ich noch ein Scharf reinmachen, wenn es? Ja. Ja. Schöne, sehr geschehen. 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 R-Rest ist der oberste TNT-Schutz, also nicht der angefangen, sondern der fertige. Aber geschehen? Ohă isch. àsapps raus! Books gemacht, nie bugle... Sankt? Ja das war der Beste Beste. Aber irgendwie verdient für ihrer Provokation am Anfang. Ja ist sogar so. Was ist das, laufend auch Springen? Springen? Ich lass den WRB einfach stehen. this one... Aber ich... Ich will nur eigentlich noch dascios gestalten. Darf'n ihr das zu zweit? K apoyo en hat andere. Regecke. der einzige der mit mir drücken kann ist der einzige noch ein schaft drin einzige sag ich aber der hit der mir gegeben hat war schon direkt an der chip baut unten jemand recht oder jemand oder geht unten immer durch so er ist gleich wieder da wenn du warten noch mal da hat er will sich decken hat er hat sich oder ja es sollte noch ein zwei sekunden explodieren und jetzt kommt es zu spät mit dem tod geschossen ja ja warum jetzt warum denn jetzt musst du jetzt auch hier noch mal zwei rein ich habe euch für dich einfach hast du gar nichts mehr als ich habe fünf noch passt ja ja kannst du noch ein paar schaft rein das ist der oberste tnt schutz also die ist ein bisschen das kann ich reinmachen wer ist darf er hat der gleiche der oberste und wieviel gold haben wir weiß ich nicht ja ich bin aber gerade am ip schaft rein zu sonst geht er mit einer kraft kasten wo die kohle konter stärke schon mal hier warte warte was soll ich denn was sollt ihr denn jetzt haben alle schaft haben wir uns gesagt wenn wir es oder jonathan geht mit ding und eisenschwert stärke drauf wir können auch einfach hat sie müssen ja und einer pushen dann versuchen wir auf eine erste schicht in der mobile tnt ja ich denke es gibt zwei jetzt nicht mehr zwei machen tnt schutz an der base die hat so glück dass der spawner waren oder der hätte mich locker gefickt ich weiß nicht wie der ist aber ja ist der gut ja aber der war im spawner sind nein der ist auch nicht so gut also du hättest den 100 pro schaft falsch gemacht ne er hatte keine stärke sonst wäre ich echt da mal ja ich muss das vorerst blieben weil die schon wieder das schaf aufhalten wollen junge schießen ab schießen ab schießen ab ja und dann kommt er noch hoch oh gott wieder schaft in e-chest was muss man ans web machen wenn wir jetzt einen schafen rum ich weiß noch dafür springt er einfach runter auf die kuh kommt noch hoch ich will doch mal abschießen spring hast du sagen ja da wo mein werk ist spring wenn du mir sagst wenn ich es scharf schießen sollst bliefe ich damit jetzt gleich zu wird gezackt haben äh ja da ist eigentlich das ist doch für so es ist doch für sich ja dann ist schafes runtergefallen ne links hier ja dreck mich ein russes und ob wir können eigentlich beide an die leiter hier anspringen ok oder dummer da kommt er jetzt ok nur die sind da jetzt zu zweit 2 Achtung Achtung nur nur die kohlen fuck und es down runter 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 ich hab die e-chest dabei und da ist 10 t drin Polyco ist direkt unter dem ey wenn ich noch 10 t machen soll dann müsst ihr das früher sagen weil ich muss das nicht abhauen komm hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir schlag ihn was ist denn wenn ich soll ich runter kommen hilf mir hilf mir ja was ist denn wachmann ach du vor die kohlen wenn ich soll ich runter kommen du hast ihn geboostet deshalb ja ja down man aber tnt ist jetzt richtig weit weg aber der base staff ist down also eisenshred ist auch down ja hast du den geballert noch der mit kohlen hat hab den goller er ist down ja ich weiß nicht der hatte der hatte glaube ich auch pro oder da hast du ja nicht punkse die mir geben du hast richtig rein gefällt aber die haben vielleicht noch ein tnt wenn das nicht explodiert ist aber ich glaube ich letztes ist explodiert der chest aber jetzt ach nix in die ich jetzt reintun die haben die da bestimmt noch ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr wie man die chest platzieren muss ich machs einfach irgendwie Carsten guck mal in die chest an ja ich bin es ja erst du schwanzgerolle ähm Carsten hast du schon Konterstärke ja ja hab ich keine ahnung die campen zu ich muss mich jetzt machen weißt du mhm 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 äh jonathan lass uns irgendwie nur versuchen die e-test dort abzubekommen dass wir dass wir da mobile tnt machen ja 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 komm mal in die ec rein die haben da rell ich weiß was du gemacht hast ja wusste ich ey warte mal ist da noch ne e-test ey Leute ist bei ihr guck mal auf ihren ersten tnt schuss ist da noch unsere e-test mhm rash äh ja ok dann nix reintun in die e-test äh rash was ist denn dieser balken direkt unter mir dieser langer also der höchste oder ach so der ok der höchste direkt unter mir dieser lange der höchste ähm 134 oder ja ich weiß was das ist ja spring lass stehen für mich das Bett sieht so krass eingebaut aus hehehe aber es ist aber so wahrscheinlich so easy aus dir das Bett nicht mal mehr von hier oben ja das ist gut das ist gut so und auch Eisen wieder ja und sie auf locken gehen oder auf schaden ja lass es auf schaden gehen ja lass es auf schaden gehen runter lassen unter das wie man macht 1 2 3 äh ich hab hier herzen ja der ist da komm 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 lass hoch lass hoch wir müssen das hoch ja komm ist unsere E-chester noch ähm nein wirklich naja hat sie abgepackt ok nice ich hab hier wir im Routine-Tee train wollte ich eigentlich eigentlich nur erreichen guck nochmal nach sicher sicher ähm hier ist keine hier ist auch keine also ich seh keine danke hier ist keine da ist keine ich seh keine ja perfekt ja geht nicht komm kommst du runter noch ich geh jetzt nochmal sicher man ja da sind zwei 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 ich bin oben ich weiß ich muss aber auch wieder hoch weil Armin da sich noch verkämt aber wir haben den TG-Schutz alle gut gespeed du hast Konterstärke oder Carsten ja ok eh sorry ich wusste jetzt nicht genau was du gesagt hast unter uns unter uns zwei Stärke ja ja man kann man mit seinem Scheiß-Skin versuchen man ich könnte bei dumm war das Skin so kotzen wie ich das Bett einbaue ist wahrscheinlich so falsch aber sieht so gut aus Arsten packen wir mal ein paar Blöcke in die Energiew ach gode ach du Bastards gib mal ein paar du hast doch schon ich ich hab ja nicht mehr als die ach so oder dann ich bin mir noch zwei mehr ja danke wollen wir jetzt auf an die Leiter die einfach weiter ich hab ja nicht mehr jetzt ist es so kacke eigentlich immer wahrscheinlich unter ihm er ist bin da unter dir ist der ist aber relativ blau halbes ok dann soll ich denn meine 1er Heal Potion runter droppen ne danke ich weiß sie aber eh nie ich mach da jetzt noch Covers drauf ja das ist dann das ist perfekt wenn du sie triffst das ist das scheiße das ist überall er ist weg sag mal wenn er kommt bitte ja das ist echt gut wahrscheinlich guck mal die müssen erst Endstone dann noch ne Ech dann noch mal Endstone dann noch mal Endstone ja Bombett wer baut dich denn bitte ab weiter kommt jeder Spaß macht so man ach so ja ja aber wenn sie sich ausdecken schließe ich sie ab das ist jetzt schlecht gelaufen jetzt bauen sie sich ein er war wirklich du hast auf der Stelle du hast gesehen wie er dir abgebaut hat oder kann den nicht treffen ja wo ist das ganze Carsten wieviel Gold hast du 13 nummerle 2 ja na ich dachte wir hatten wir mal aber du hast du gesehen wie er die Echests abgebaut hat ja also er war halt vorhin mit einer Spitzhacke vor der Echests und ich geh dann davon aus dass er sich abgebaut hat er ist jetzt wirklich keine mehr weil ich werde das TNT da schon mal reintun ja ist also ich seh keine wie gesagt ja das könnte uns 3 TNT kosten wenn du falsch sagst ne ja ja ich schau doch mal der kommt da wo die vorher waren wenn sie dann nicht erst was darfst du denn wir hatten jetzt auch irgendwann ach schade was mann die letzte Blockhütte saß nicht und ja ich seh ich seh keine also wenn sie irgendwo ist dann ist sie eingebaut aber man auf der ersten Schicht ist die war auf auf einer geraden Plattform also die war gerade ja nein da ist keine mehr auf der ok dann ist da keine mehr ja hohoho nein 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 wir haben jetzt wieviel TNT hast du in der EC 3 äh hast du rausgenommen Maren ich hatte bis halb sieben Maren es kann aber nicht aufhören jetzt es geht gerade nicht wohoho meine Fresse alter wenn die Eltern drei Etagen über einem sind ne da machen wir schon ein bisschen schreien ey mit Mötern was warst du 17 oder bist du 16 ey fuck was fuck nach ne jetzt erst noch bist du 17 oder 16 was denkst du ich bin 16 er wird bald 17 ja ich dachte ja nächsten Monat guck bald kann ich bis 5 Minuten auf K boah bitte ja aber warte Jonathan Jonathan stell ich bitte in die Base das ist mit voller Glück dass es so aussieht das aussieht wie ein Base-Def ja und bewegt dich dabei am besten noch ähm Carsten was warte ich lege ich lege hinten ein Böckchen in die Enderschef was doch nicht wo neun Bogen in die Enderschef das ist aber kein Pfeil ey guck mal guck mal warte auf die Sound muted Digga meine Mutter kommt rein schnuckele Digga meine Mutter kommt rein schnuckele Wurde ich mich noch ein bisschen Junge ich rastele er springt jetzt die ganze Zeit wie das aussieht er bewegt sich aber nicht einen Zentimeter ich springe nur jetzt kann ich wieder richtig rein spammen nice wenn die jetzt die P machen dann werden wir weiter gefehlt ah zack neb doch uuuuuh guck's spring hm ah ich hoffe mal oh dann beschreib mir mal rein wie er warte oder warte ich kann es versuchen ich würde es nicht mehr schreib dann ein Todpist oder so rein wie man das Blät anbaut äh äh jetzt vier oh wer von denen äh malco kingdom nele superman äh artrix superman wo ist ihre chest wo ist ihre chest double chest ähm 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 beim spawner also wenn wir zum spawner gehen bist du angebracht ach so nein 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 äh beim villager bist du angebracht ähm das also ist das so ein double chest ja die double chest ja die double chest na wenn keiner base ist könntest du sie schon ach was das ist leider nicht der fall und unten achso na das war überhaupt noch safe glaube ich wenn jetzt einer unten kommt einer läuft unten durch ja hallo 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 das wär nicht so nice sag wenn der stack oder so trinkt ja ich speck nur den typen unten jetzt ich treff ihn einmal was auch was macht er also ein wort so ach das ist so schlimm könnte nach es könnte fakes essen sein ja was macht er denn ja er aufbauen was ficken mich wahrscheinlich in den arsch ich was falsch ich hab noch n schuss ich hab noch n schuss m wer schon was er und Kürsten habe ich doch ja ja noch ein bisschen wenn ich ja ich und machen weil der ganze recht und eben ganz schlecht wenn ich nichts kostet krassen auch ein bisschen zeugt mehr machten von sich reisen denn es und woher kommt einer und der politik er hat das das auch das zeug aufgesammelt okay nein trotzdem nicht er hat noch blöcke die ficken wir bauen jetzt wird er die schenzen doch schmalt im karten Nummer 2 das hat man dort oder in ihrem Schiff aber ich habe ja ganz so viel Zeit wir haben ja auch eine Zeit zu gekriegt habe ich doch es dann raus und Blöcke was auch noch ein bisschen mehr unten unten was soll ich machen unten dran ja ich kann nicht abschießen er kriegt auch ein halbes Block noch alter welchen mit dem Bautriff zu hören pingpong alter wenn du musst du ja mal unten ja ja und wird eng unten die können rüberspringen das wird nicht eng, Alter, keine Sorge unten Fully Q oder mein, wieder doch selbe, wieder doch selbe wird eng, Jungs ja, dann pack mir den Rob in die Chips, da kann ich... er hat sein Stuff ausgesammelt auch Fully Q kann ich halt nicht mal so gut treffen, ja was ist der gleiche Typ? ja und ich brauchst du safe, Junge hallo ja, nice wenn wir, hast du Mobile TNT dabei? nein, mein Blick ist auch schon rot, Mann wer gleich weg, wer gleich weg kommt pass auf, Mann, pass auf ja, Junge, ich kann nichts machen, alles ist über mir ich will schlecht sein und sterben, muss Dumballow so schlecht sein, Mann, eigentlich ich will nicht zumindest ist es schlecht wir haben es nötig unten zu spiffen guck mal, so unten jetzt ist, Alter ich weiß Junge, du... Dumballow unten kommt der nächste Alter... noch mehr, aber noch mehr safe wie viele sind grad in der Base? ähm, zwei wenn einer in der Base ist, könnte ich theoretisch von oben stärker Eisenshirt machen, ne? ne, lass mal wie ist denn? wie ist denn? wie ist denn? er riecht jetzt da vor allem den... äh... GPS-Schutz hygien Dumballow, Mann Alter, du musst alles blieben, jetzt ja unten wieder kann ja nicht helfen, weil die etwas dick gebaut haben gar nichts machen ich hatte echt was auf die oh Mann, Alter er ist so traurig ich krieg keinen Hits, Mann! unten hm erzähl, wieso gehst du spams von da unten? anstatt dass du hoch gehst, Carsten ja, weil der mich du spammst, hä? als ob du von da unten spammst da, spamm ich von da unten ja, wieso? ja, weil der ist mich sonst lockt anstatt dass du hoch auf den TNT-Schutz gehst, wenn ich gerade hoch zu den ging äh, auf den TNT-Schutz? EP-Schutz EP-Schutz, Mann ja, da... ja, das... ja, das... ich brauch die Zeit 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 hab ich nicht Einer geht den TNT-Schutz hoch Spam... äh... der ist da noch wie du spammen, Alter, den da oben, dass er nicht hochstackt wie soll ich denn... guck mal, der hat ein Dach über sich, wie soll ich den treffen? ey, seh ich doch nicht, Mann muss nur sein na, wenn der tot ist... dann müssen wir ja auch noch auf dem... ja, hoch, 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 er ist tot auf dem TNT-Schutz-Ganzett noch auf dem Weg Jonathan, solange er mal wieder kommt äh, das skatiert so richtig ja, wenn die CP werfen, dann hab ich halt keinen Base-Dings dann zieh sie zurück, Mann was ist das Problem? alles, alles ich bringe ja gar nicht mehr okay, nass du trug mal unten, du musst gleich mal spiefen mit du trug mal unten warum springst du nicht? na, du hast was kommt, einer, kommt, einer kommt, einer unten auf kann ich nicht abschießen boom, 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 boom ah, schön, mit euch zu spielen schießen noch auf, hallo warte als hat ihn keinen Pfeil von euch trifft ja, du blockst sie vielleicht hab mal daran gedacht guck, instant wenn ich oh, ich verfiss ich hab schon wieder 12 hab ich irgendwas geschrieben in der Zeit? nein nein nicht, nicht das blieb, hallo, hallo jetzt ist auch nichts passiert eigentlich, 100.000 ja, weil ich nicht da war ich 100.000 äh ey, wenn ich da wär, ist hier ein Bett weg, Betten es deckt dich ja, wenn da keiner kommt ja, was ist der TNT-Schutz, Crash diese, diese Treppe, da ist am wichtigsten, dass du es liebst ähm, sag ich gleich noch ne, die Treppe ist lief, dass dann das anbissen und Betten ist 138 und, äh, 134 wir bräuchten jetzt noch einen Base-Step oder so, weil, du musst auch einen TNT hinschatz stehen hinschatz stehen hinschatz stehen hinschatz stehen und was produzieren die hollen gleich ihren Weg wenn die CP werfen habe ich kein Bestes muss erstmals runter springen und so egal Karsten du ballst du schon und nicht abschießen Jonathan okay ich geh wieder zurück mach das baut ja nur safe er braucht wieder safe ist er dumm das ist so lächerlich das ist so lächerlich was ich gerade gegen die hier unten mache er braucht safe er ist sie gehen nur unten auf unten du musst diese ganzen Dings blieben die ganze Treppe da hinter dir das ist ein Muss manchmal bekommt man halt so viel Nocturk unten Noniku mit Stick pass auf noch einer es ist kein Bowshot trifft die überhaupt von euch ich habe ja nicht geschossen ich habe einen Schieß ja ich kann nicht wenn der unter dem Dach ist kann ihn da biologisch nicht treffen du musst nichts schreiben er muss dich so provozieren Alter er muss trotzdem jetzt nichts mehr schreiben ich meine wenn er eine bessere Position hat er hat ein Dach hinter sich und eine riesige Fläche Mann freu dich doch Alter Luma und die kleinen Bastikinder mehr als seine Mutter jetzt höre ich mir schon wieder drei Webs man er ist gut man dann treff aber auch mal Carsten Mann er kann nicht schlecht Junge vier Leute von denen ach so ja vier Leute von denen drei Leute decken insgesamt viele Jungs soll ich scharfe oben teilen auf den Dschutz oder auf die erste Schicht oben auf den Dschutz das bringt man was also auf den obersten äh Fertigpartner DND Schütz ist da einer ist wichtig ja ich weiß wollen wir nicht mal irgendwas machen was denn wir machen nichts mehr 1 14 Minuten stimmt was wow ich will okay wenn ich bei 45 gemacht habe muss ich bei 56 spiel weiter voll die Kuh kommt hoch ja mach dann müsst du uns allein schaffen ich muss kurz Volt saven bei 50 das heißt ich kann dir jetzt nicht helfen dann wann muss ich spiel bei 16 bei 16 sicher das bei 16 jahre jetzt und das bei 26 jetzt noch nicht die sind zu 2.000 PNT Schutze 33 die ist das alte Eisen wir haben über ein Steak Eisen oh mein Gott oh mein Gott das war ein Scheiß für den Ofen habt ihr so abgelenkt wir sind einfach unten durchgegangen ja ist ja oh mein Gott Clips nicht schreiben oh mein Gott Jungs pack mir mal pack mir mal Eisenschwert und Web in die Schutze darf ich unten durchlaufen ich hoffe ich mach einen EP dann baller ich den Eisenschwert und Web in die Ender Schutze ja warte was gehst du davon alter das gibt es nicht das gibt es nicht oh mein Gott das gibt es nicht ja ist doch wahr hast du aus deinem Maul pack mal mit der Eisenschwert warte Eisenschwert schade kannst du und sowas ist platzt wölf alter ist alles dran aber nicht mehr lange hehehe erst provozieren dann zu verkacken zu recht ich wer mich jetzt auf den Turm der Vernichtung Scheiße ich weiß schon was ich am Ende schreibe ich schreibe das liegt komplett in die Ursache ich schreibe das liegt komplett in die Ursache das ist der Satz fest Gommen Bug wird zusammengeschrieben äh wer ist äh ah no wegen ne es war ja grad entfallen boah viel Stoff darf ihn nicht B werfen oder so wenn einer unten durchlöscht bin ich stärker aber ich mach richtig alles der 3 vs 4 mitten in der Runde und oben haben wir aufbekommen als die 4 waren die sind so dumm so dumm kann man nicht nicht sein ja aber der war halt ja wow ja wir haben trotzdem oben geholt das lag ja wohl nicht daran und das wir das wir ja wir haben Konterstärke getrunken das wir oben holen liegt wohl nicht daran das wenn einer bei 30 minuten oder so austreibt man der was denn Moritz halt's maul du spaß ich will dich zähnen hä der was denn ey ich hab Bela gezogen der Bela der Bela auf nur noch der kleine Indigo ja der hat Konterstärke getrunken ja ich hab nur 2 healpots man der hat ein 13er ja ich hab Stärke getrunken lauf auf sie rauf was macht er spammt webs und er spammt dadurch seinen anderen magen ja Leute lauf auf 13 noch pass auf geht einer hoch ja ich bin noch groß ich hab alles gedroppt hier ja dann spammen wir mal oben und was denn der spielt da mit 13 noch so ein bisschen da soll mal IP veröffentlicht wir was machen bum 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 ich bring euch alle da gibt's Stärke drin ne na 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 oh ten 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 man 27 elo jungs jungs ich hab den getennt der nur weg ist z jungs 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 jungs